Nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's play Minecraft, was auch immer. Hey, was labas'n du? Wir spielen Pot-Potato. Ja, warum spielen wir das? Weil es Spaß macht. Und der David immer Boom macht. So Kabuu! Ja, nein. Du, ich weiß nicht, warum du spielst die Spiegel, die Zeit von GTA. Das GTA-Release ist zu überbrücken. Denn der Laber, da ist schon den ganzen Tags- und Schreist dafür. Ja, laut! Jetzt wird der David wieder weggehämmert. Aber ich freue mich so auf GTA. Spoiler! Spoiler! Was labert denn er? Bist du die Kartoffel? Nein. Hilfe! Nein! Ohoho! Kommt wieder nicht zu nah, David. Nur so. Nein, Geist! Jetzt wird der David eingefroren! Nee! Hey, lass mich doch da hoch! Nein! Lass mich da hoch! Nein, ich hab Angst vor der Kartoffel! Hör doch jetzt mal auf! Bitte, 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 bitte! Hör doch jetzt mal auf! 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 gebackene Kartoffeln, ne? Und unten die Levelanzeige zeigt an, wie lange es noch dauert, bis die in die Luft geht. Und wer die dann halt im Inventar hat, loosed, muss dann raus aus dem Spiel. Da ist er! Nein, ich hab's! Du bleibst hier, nein! Ja, ich bin so losgeworden! Genau, die wird man los, der man anderen schlägt! Oh, das ist so hammer, das Spiel. Also der Spiel... Oh, lass mich in Ruhe! Nya! Oh! Nein, nein! Oh, nein! Du bist so böse, du bist so böse! Nein, er hat mich eingefroren. Genau, es gibt hier nämlich auch so... Lass mich hier jetzt weg! Sie ist hier ganz in der Nähe... Da ist er, da ist er, da ist er! Hey, das war meine Endabteilung, ich hab die eingesucht. Nein! Oh, du bist so böse! Oh, ich bin so trotzdem losgeworden! Ich bin der Bambo! Ich bin der Bambo! Nein! Nein! Und der neben mir explodiert. Da sind wir schon auf. Ich höre, da oooh! Juhu! Uhuhu! Juhu! 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 Verwaltungen und das drückelt werden Sieg dann ja woher geschissen das Ausdruck ja und der Prozent beziehungsweise ich schlage immer noch die Zeit bis zu bis zu Release von GF 5 vor Prozent tot der eigentlich erst morgen ist da ist er da ist an einem Weg komm es soll lustig Yolo ich hab die Bedeutung weitergegeben so eigentlich ist er ließe Minas übermorgen aber beim Händler meines Vertraums hoffe ich wir haben schon morgen auch nicht mehr wer auch immer das war erst böse das Böses im Busch da hat er die Menschen an die Probe er geht doch jetzt mal doch jetzt gescheit ich darf glaube ich nicht aufhören zu sprinten sonst geht das nachher nicht die 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 ich glaube ich lese euch gleich mal das Buch von der Sohn und nichts in der Grunde so wie er so blablabla Potato und die Reaktion der Einrichtung des nächsten 6 nicht mehr war er sagt aber was gemacht und dann hat es nun hier noch nie sind tausendmal geschlagen tausendmal ist nichts passiert der Gelderslied passt doch voll aber auch immer mit der Kartoffel geschlagen werden tausend mal ist das nicht passiert und dann muss gewonnen werden und dann irgendwann hat er dann plötzlich gut Hilfe das ist so ein guter Bödel 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 das die Ertelstückte Kopp dann immer wieder zu einem nicht ob sich das oder der andere im Tiefsweichbilder den anderen aber ich liebe die Stimme hat das erste Mal das ist das ich liebe die Türen für die Zulassung und das ist bestimmt so da hinten ist er ein Bildungsstuhl die größer werden um ja dazu sage ich jetzt mal gar nichts mehr vielleicht besser so Wo? Nein, nein, nein. Nein, nein, David, nein. David, du bist so eine Pissnelke, ey. Nein. Ey, das gibt es nicht. Und da geht auch noch drauf. Warum kriege ich die Kartoffel in dem Moment, wo sie in einer Sekunde explodiert? Boah, ey, da könnte ich schon wieder aufregen mich, ey. Ich könnte mich so aufregen. Oh, ich könnte mich so aufregen. Hier zu, wieder David, weg und bums, 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 bums. Ich kann mich ganz hellsehnen, hab' ich hab's vorausgesagt. Wo bist du eigentlich? Bis wie in der Lobby? Bis wie in der Lobby? Bis dann bis nach da drin, ey. Kannst du dich anpassen? Wie soll das sein? Oh, bis so ein Langweiler, das wollte ich jetzt zusammen mit dir hier so beenden, ey. in anwendung wenn ich halte er hat jedoch war es auf jeden Fall aber nur wenn er mindestens 16 das ist nur der bis auf 16 die 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 er ist auf der Seite eine neue Ereignisse das ist nicht das Volkermann das ist eben und vor allem jahre ja es ist schon steht die Gäste ist besser würde er nicht mehr auch mehr als die Klinik die Kühle sich für die Bühne zu erledigt hat da hat und dann hat es BOOM! BOOM!